voller war voller war ich glaube ich gehe vier runter und dann machen wir so einen Eingang rein der nach oben führt mit einer Tür dran was versteht keiner du verstehst gar nichts ich weiß ne lalalalalalalala ich verstehe wenn ich es verstehe doch ich verstehe alles Bratwurst Bratwurst ich mag Bratwurst versteht nur Bratwurst ich mag Bratwurst du magst Bratwurst ok ist heute wieder dunkel nein du hast ja gecheatet hab ich gar nicht du bist schlafen gegangen zwischendurch cheater cheater ja ich bin doch schlafen gegangen um meine Sachen wieder zu holen naja cheater laber nicht ich bin nicht schlafen gegangen ich freut mich bei Nacht hin rein um meine Sachen zu holen der müsste aber so bei meinem Einkauf eigentlich so eine Leist haben dass du schlafen musst dass er sonst so müde wird das hätte auf jeden Fall was nein und dass man von Tag in die Nacht rein schlafen kann das hatten wir letztes Mal auch angesprochen hast du das von Notch mitgekriegt was er gesagt hat nein dass er glaubt dass in den nächsten Jahren ähm MMM das Mojang da dicht macht ok ok mhm aber das einzige profitable daran ist Minecraft ja ist ja auch wahr mhm und dann soll ich schluss sein aber ich will hoffen dass sie weit updaten mhm dauert ja immer so ein bisschen ne gut aber Minecraft macht halt noch Spaß ja Spaß mit Placken rumzuspielen ja Lego für echte Männer ja Lego für die Großen mhm ist ja wirklich so ach du scheiße ich bin schon Höhe 6 eieieieie Beifuss oh sterb irgendwo hier hin du musst nirgends vorhin so ab nach oben netzambi krach da muss ich lang naja mit 1.8 sollte das ja auch so kommen dass die Hunde die Skelette mehr angreifen mhm weil Skelette ja Knochen sind und Hunde mögen Knochen ja oh ich hab grad ne Bitch gekillt ne Bitch slap mit feilen Bogen ba 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 hast du ne Bitch slappt Alter bist du spinnend ich hab dich schon gehört komm schnell 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 ich will mal unser klatschen gehen komm schon Monster auf die Fresse hauen hm mach ich jetzt gerne hm mach ich jetzt gerne 10 Milliarden Jahre bis wieder oben bin mhm mhm ok könnte gleich mal dann bam so da kommt nicht meine Autsch ich bin auf mich zu krach zu hause yeah krach bummente ach krach nur drüben ja ja hörst du das nicht nö alter chill ist voll laut oh ich hör das nicht naja ich bau meine Alarm da rum auf die reißen den Alarm doch irgendwann ab mach das obwohl ich jetzt eigentlich unten hinten aber jetzt gut ich hab jetzt ne Watch ne Watch Watch ja ich bin ich hab dich gesehen das geile das geile ist wenn du grad nicht irgendwie hoch guckst und irgendwo weiter oben irgendwas runter kommst und man siehst ja den Schatten dann ja schatten hast du so wo kam wo kam der scheiß küpa schon wieder her von hinten schon wieder von hinten von hinten ne der max von hinten mhm mir auch boah ihr scheiß skelette verpisst euch der max von hinten boah boah jetzt kommt doch noch eine scheiß spinne hau ab ja vier Level noch das schaff ich das schaff ich noch das schaff ich noch du sterbst nein und danach werde ich schön meine Dia Rüstung verzaubern gehen du sterbst ne oder Bogen oder Bogen ich weiß es nicht mach doch erstmal den Bogen oder nicht weiß ich nicht weiß ich nicht vielleicht mach ich auch die Rüstung vielleicht wenn ich jetzt weil ich so viele Hühner habe oder Hühner mache weil es dann überlebt doch erst die Rüstung mache ja ich kann ja erstmal die Rüstung machen und später mach ich dann nochmal ähm Bogen vielleicht krieg ich ja nochmal einen mit Flame und die setze ich dann nochmal zusammen mit Feuer schaden krieg ich ja trotzdem ja Flame habe ich ja auch schon und du habe ich nicht Flame Stärke 3 Halberkeit 3 dafür hast du keine Infinity ne da brauche ich noch einen vierten Bogen kannst du doch ja ich weiß ja und zwei ey zwei Mini Zombies nein hab ich auch schon gehabt ey die sind so richtig nervig und so scheißen schnell ja ich weiß BAM kotz mich das an kotz mich das an ich bin mit vollem Bogen erstmal Skelette zu kehlen und Creeper naja nein ich hab verloren ich geh in die Luft ich geh in die Luft doch nicht ja sterb 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 doch nicht hab Glück gehabt Mann ey ey ich bin schon wieder level 17 ey oh alter Schwede ich weiß jetzt schon dass es gleich wieder hell wäre warte mir ist gut noch da ist der Mond ah der wird zum Neumond oder wie das nochmal heißt keine Ahnung Vollmond nein nein umgekehrt weg geht ach so weiß ich nicht keine Ahnung ich bin der Mann das war der Neumond oder so ich hab gar keine Ahnung mehr davon ich hab gar keine Ahnung mehr davon weißt du nie Ahnung boah du scheiß Spinne ne packt die sich eben erstmal für mich durch pack 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 glitch 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 gleich komisch eben glitch mhm komm schon nein nee ich muss die ganzen Löcher mal ausbessern hier es ist nicht wahr wie viele Löcher es ist nicht wahr wie viele Löcher die ganzen Kieper haben überall Löcher reingemacht das ist kacke ne das ist wirklich kacke du bist schlecht bei komm schon NAAA NEEIN eine Super Witch ne Super Witch 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 ja dann sterb doch mal endlich Vergiss das, ey. Zwei Level noch. Die werde ich nicht sterben. Doch. Okay, ich werde die sterben. Ich werde sterben. Ja, dann sterb. Okay, ich werde wirklich sterben. Ja, dann sterb doch. Ich sag's doch. Du wolltest doch, wie nett ich muss. Alter, ich will nicht sterben. Du sollst aber sterben. Na, wie auch was zu lachen? Nein, ich will nicht sterben, ohne Witz. Doch, ich will das aber. Wie lange habe ich denn Vergiftung noch? Oh, ich hab's fertig. Ich hab nur noch ein Herz. Ich hab nur noch ein Herz. Ich will hauen. Jetzt muss ich mal ein Skelett anschieben. Nein. Oh, ich hab ein Pfeil neben mir gespielt. Ich hab ein Pfeil neben mir gerochen. Tschüss. Mann, ey, stirb doch mal. Oh, Regenerationstränke habe ich noch. Oh, du bist echt so ein Affe. Oh, mein Gott. Ich gehe doch ohne. Nein, das dauert. Das dauert jetzt. Ich warte hier. Hm, ich bin gleich. Oh, mein Gott. Komm, kratz doch mal ab. Hörst du das nicht, Alter, wie die da rumschreien sind? Was ist das denn eben? Mein Vater. Ja, jetzt hab ich das eben gehört, ja. Warum hab ich das nicht gehört? Dein Vater seine fünf Minuten? Nein, die sind... Die haben gerade Watten angekauft. Wach so. Mit... Und die haben gerade Wasser im Keller runtergebracht. Wach so. Und dort Fenster ist, aber dass man nicht hört, dass man das da runtergeben kann, nein, muss rumgeschrieben werden. Ja, weißt du doch. So normal. Was neu ist. Siehst du? Durchs Fenster. Ist im Agro dabei, wenn das richtig laut ist. Du dumm, du dumm. Ey, zwei Level noch, die kann ich... Boah, da ist ein Skelett. Das ist nicht wahr. Das hätte mich fast gekriegt. Wow. Jetzt kommt noch eine Spille von einem. Ich hab's hier. Alter, mein Handy. Was ist heute für ein Tag? Samstag. Ja, ich merk's. Vibriert dein Handy-Tag und sei laut in anderen Räumen-Tag. Eindeutig. Heute ist nicht der Tag, wo wir aufnehmen sollen. Alter, nein! Ich werd noch... Oder eher gesagt, um die Uhrzeit machen zu... Ja, die Uhrzeit sind die unsere. Das ist sowieso komisch. Boah, ich werd noch sterben. Ich werd wirklich noch... Ja, das ist echt komisch. So früh haben wir noch nie zusammen aufgenommen, oder? Ne. Ey, Centos. Ey, Centos, Centos. Boah, ich hab's geschafft. Mann, ey. Warum bist du nicht tot? Ne. Aber da hab ich Glück drin, ne? Ich glaub, ich sterben. Ja, da hab Glück drin, ne? Sag ja nur dein Looting-Schwert. Ja, ey, das... Das Looting-Schwert, ne? Das ist so ärgerlich gewesen. Looting 3, Schärfe 3 und Halbbarkeit 2 war das, glaub ich, noch. Ey, das war so... Ich fand's lustig. Ey, das war so kacke. Ich fand's lustig. Weißt du, Looting 3, weißt du, alles andere wär mir scheißegal gewesen, aber nicht Looting 3. Ein Spinn-Reiter, wo das Skelett eben draufgebrannt hat. Das ist auch immer geil. Das sah ja gut aus. Aber da kicke ich... Darfst du nicht die Spinnen jetzt erst wegkicken. So müssen wir den scheißes Skelett auch wegkicken. Dann helft ich das nicht mehr. Jawoll, der will 30. Oh, jetzt kommt er noch. Aha. Voll Explosion, ist er gestorben. Was traut mich denn hier? Nein, ich bin, du sterb. Das ist Stark und ich kille, ich spinne jetzt noch. Die friedliche Spinne. Nein, ich hab kein Schwert mehr. Jetzt geht's los. Wie soll man endlich mehr Tiere einfügen in Minecraft? Noch mehr. Normale Tiere. Was sind noch für Tiere, ohne Witz? Haben genug? Ja. Haben genug? Doch, doch. Ja. So, fressen. Na, Tinten auch her, da sind wir noch Tinten, Fisch und noch Wasser. Guck mal her. Einfach nur zu laut. Boah, irgendwas. Stimmt mit da her. Lass mal die Tinten, Fische kühlen. Und du auch, komm mal her. Hat nicht wirklich viel gebracht. Weile drei Stück nur noch. Schlecht. Unendlich. Was treiben die unten im Keller? Können die einkaufen die einfach hin tun und wieder gehen? Nein. Wir müssen es ja auch übertreiben heute. Heute ist Samstag, heißt ja, da muss man es übertreiben. Ah. Ist doch normal, weißt du doch. Was ist doch normal. Nein, das ist nicht. Doch. Nun greift doch einfach mal das blöde Skelett an, ey. Nein. Platz. Soll es einfach nur sterben. Na, mit Level 30 sterbe ich jetzt nicht so. Jetzt mach ich das auf die Rüste. Ey, oder mach ich noch ein Diaschwert. Ach komm, ey. Ohne Witz, ich mach noch ein Diaschwert. Oh, ich krieg so viele Pfeile, ne? Ganz halt durchskillen. So, jetzt hoffen wir einfach mal. Okay. Hardwalk, halleluja. Ohne, Ben 4, Alter und Rückstoß 2. Ach du Scheiße. Okay, das wird mein Standard-Schwert jetzt. Ne. Zack, 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 zack. Egal. Findest du egal? Pech. Pech, pech, pech. Nein. Geil, dann muss es auf jeden Fall beim nächsten Mal noch was Gutes geben. Das rieche ich, das muss sein. Ja. Boah, Spinn halt, die Fresse. Ungemein, Spinn heute. Boah, Spinn halt's Maul, du. Nein, das würde ich auch nicht hören. Ich mach mal das dann. Lalalala. Boah, ist die Lüttenmusik leider irgendwie. Jetzt wird rumgepoppiet. Boah, Spinn halt's Maul. Was ist nun mal Ben gewesen? Bann. Was war nochmal Bann hier? Hm. Meinst du, ich wüsste das jetzt? Nö. Keine Ahnung. Nicht herunterfallen, da ist nämlich noch kein Wasser drunter. Doch, komm, fahr mal runter. Hm, hm. Doch. Nee, ist noch kein Wasser drunter. Station darf ich noch nicht herunterfallen. Zack. Gleich kann ich herunterfallen, wenn da Wasser drin ist. Aha. Wen interessiert's? Dich? Ja, du willst so viel sonder, dass ich sterbe. Ja, will ich auch. So, gut. So, hier ist gut. Hier ist Ende. Hier machen wir das Wasser rein, fertig. Ja, ja. Mach das mal. Ich hasse dich. Ich will.